Wenn du 2,5 Millionen Dollar gewinnst, das verschafft dir für den Rest deines Lebens den Status Fuck You. Jemand will, dass du irgendwas machst? Fuck You. Dein Chef nervt dich? Fuck You. Wenn du gewinnst, steckst du aus. Was willst du immer zu mir sagen können? Fuck You. The Gambler. Morgen um 20.15 Uhr auf ProSiebenMax. The Gambler. The Gambler.